. Mann, was ist denn? Hallo. Fahren Sie runter. Sind Sie die Frau Rudolph? Was denn? Was wollen Sie denn? Sind Sie die Frau Rudolph? Ja, sicher. Schreien Sie uns das an? Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft gehört. Ja, Sie stören. Hören Sie mir zu? Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft, dass hier irgendwelche komischen Geräusche aus Ihrem Haus kommen. Hilferschreie, etc. Ich guck Fernsehen. Sind die bescheuert, die Leute? Ich guck Fernsehen. Also bei Ihnen ist alles in Ordnung? Ja, sicher. Sind Sie alleine? Ja, mein Mann ist nicht da. Ich hab durch. Tschüss. Tschüss. Frau Rudolph, was? Was hat Sie? Dünnschiss.